Ich hatte die Wahl zwischen Flöte und Posaune, also Querflöte und Posaune. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was Posaune ist. Nachdem es mir aber mein Vater erklärt hat, habe ich einen Topf mit Losen gemacht und dann habe ich die Posaune gezogen und seitdem spiele ich das Instrument. Düstere Stimmung sehr gerne. Friedhof, Zauberflöte zum Beispiel oder Chorele, sehr schön. Oder wenn es majestätisch wird, Fanfarenart. Das sind wir. Ich merke eigentlich immer, wenn wir auf Tournee sind, reagiert das Publikum eigentlich immer überschwänglich. Fürs Orchester ist es wahnsinnig wichtig, woanders zu spielen. Tourneen habe ich auch immer das Gefühl, fördern die Qualität des Zusammenspielens. Weil man muss jeden Tag irgendwie Leistung auf den Punkt bringen. Das müssen wir zu Hause auch. Aber die Gegebenheiten sind immer wieder neue. Man hat neue Seele, man hat neue Voraussetzungen, man hat ein anderes Publikum. Und für die Qualität des Orchesters ist es sehr gut und natürlich auch für das Renommee. Und es hält glaube ich auch viele Leute gut bei Laune, mal ein bisschen rauszukommen. Auf. Auf.